Wieso ist eigentlich meine Mission immer ein Komma aus der Höhle? Ich bin hier aber alleine ohne Taeser Wir tun nur was Ach ok krass Jadnebritsch in dieser Höhle Jadne Jadnebrit Jadnebrit Das ist Ton und das ist was wir brauchen, jetzt könnten wir nämlich beide Buden bauen glaube ich Meinst du, hier sind welche drin? Bevor sie reagieren können Lass mich kurz mal schauen, Dorf, genau jetzt kann ich nämlich beide Hütten bauen 5 Fähigkeiten euch schon wieder Die Ausruhezeit der Eule Tiermarkierung Gesundheit Regeneration Und hier kriegen wir aber noch eins dazu, das kostet aber nur 4 Leiser Sprint Beutetektor und seltene Pflanzen Und die Eule Bei dem haben wir überhaupt noch nix gemacht ey Wie die es aber krass nicht gemerkt haben weißt du Wie die so ein Kumpel hier hinten weggesnatcht Und der eine hat ja in die Richtung geguckt und das nicht gecheckt ey Tja Beißfische Und zwar ne Menge Wir haben so schön die Freude Njamjamjamjamjamjam Achso ich sehe ja Pflanzen sehe ich ja in der Sicht nicht Vergiss ich immer wieder Das her Krass Wann hat die ihre Zelte und alles und dann ist es einfach mal fetter Kann ich den jetzt hier wechsnacken? Ne ne Keine Kuss Wann Wann Quelle Wann Wann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm Hmm Ich muss ruhig zugeben, die kleinen Lutscher Der Schuss war zwar jetzt nicht mehr so premium wie er sein hätte können sollen Aber Ausreichend Ja, Junge, Alter Tun wir nicht so Hä? Da ist so ein Symbol, aber ... Checkpoint Was? Alter Wow, krass Modina Jetzt geht er da hinschauen. Wir haben keine XP, das ist scheißvieh. Wir haben keine XP, das ist scheißvieh. Wau mal, halt haben wir gerade zwei mit der, ha ha, alter. Ähm, alle die Viecher, ohne Witz, nein, Speer, das Einzige Gute ist, dass ich, was sind das für krasse Krokodile, das hier auch, wo hier, die sollten mich eigentlich nicht entdecken, ne, die kleinen Aziz, aber nein, gut. Das hast du gerade, das zieh ich, ne, so. Ich sondiere gerade das Gelände, eigentlich müsste es doch hier irgendwie rausgehen. Sind wir hier oben? Den habe ich ja hinter meiner Deckung gezogen, den einen. Achso, okay. Das kaputt wäre, dann würde vielleicht das Wasser abschließen. Jawoll, haben wir die Höhle auch geschafft. Find ich ja nice, find ich mir mal, mal zu trinken. Oh, ist das hell, Alter. Eingießen. Höhle der Ertrunkenen abgeschlossen. Ist das eigentlich eine Mission, oder warum ist das so orange? Komm mal da unten. Eila. Grüße, Junge. Ne? Ah, ihr Schamann, alles klar. Wenn ihr helft, Befreiung. Alles klar. Ich bin dran. Alter. Alter. Oh Das frumfe Alfen merkt doch keiner. Das wird so gut. Gefiederter Freund Erfolg absp... Das müsste eigentlich auch die Wiese sein, oder? Da war noch einer, den haben wir aber nicht gesehen Schalter Rast Not-Torn Hit Aufgespießt Grüß dich Junge Jo, ich hab dich gerettet und so Das sind die Bros So, jetzt müssen wir aber hier mal zurück Ja, warte mal Spiel, wenn ihr auf die vom Stamm Eater gefunden habt, dann spüre ich gerade bitte Schau mal die Jägerin Okay, das machen wir als nächstes Da werde ich hier mal den Piki-Dings... Ach, wir sehen uns in der nächsten Folge Das war's, wir sehen uns in der nächsten Folge Bis zum nächsten Mal